Kurz, ich konnte in letzter Zeit kein Video machen, weil ich krank war. Naja, ist halt so leider. Aber jetzt geht's wieder ein bisschen besser. Also, naja, kommt auch bald ein neues Harmonika-Video, das scheint ja angekommen zu sein. Und, naja. Aber als kleine Wiedergutmachung wollte ich erklären, wie es sein kann, dass wenn man schläft, dass man auf einmal wachgeschockt wird. Und das liegt daran, dass, wenn man schläft, sich sämtliche Muskeln in deinem Körper entspannen. Aber wenn die Teile deines Gehirns, die für die Bewegung zuständig sind, nicht vorher eingepennt sind, dann schocken die dich halt einmal wieder wach, weil sie sich halt fragen, was das mit deinen Muskeln soll. Und, tja, dann der Teil, den wir alle kennen, wir wachen auf, denken wir sind im Schlaf irgendwie hingefallen oder so. Naja. Das als kleine Wiedergutmache. Und, tja, dann. Und, tja. Und, tja. Und, tja.